Moin Moin, liebe Triathlon Nation, heute ist der 4. Mai 2021, May the 4th, ein bedeutender Tag für alle Science Fiction Fans. Wir beschäftigen uns aber nicht mit den außerirdischen Dingen, sondern nur mit außerirdischen Leistungen. Es ist Dienstag, es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon Lactat und hier sind euer Chefredakteur Nils Fließhardt und ich bin euer Publisher Frank Wechsel. Wie lange hast du denn an dem Intro gefeilt? Der war gut. Das ist mir spontan eingefallen. Tatsächlich, ja. Ich habe gesehen, dass eine führende Marke im Bereich Triathlon Uhren heute irgendwie Wearables verkauft oder angepriesen hat in einem Newsletter mit Star Wars Design oder was weiß ich. Ich habe es nicht genau gesehen. Ja, ich glaube, es gibt alles Mögliche heute. Es ist, ja, finde ich sehr, sehr gut. Mein Kumpel Basti hat heute Geburtstag. Der hat natürlich, das passt natürlich voll, ja, May the 4th. Möge die Macht mit euch sein und auch mit uns an diesen schönen Tagen. Was für ein Einstieg. Ja, das hat mich total überrumpelt als Star Wars Jünger. Bin ich sehr begeistert davon. Ja. Bist du einer? Schon immer. Schon immer. Schon immer. Ja. Ich habe die Filme in einem Alter gesehen, in dem man das aus heutiger pädagogischer Sicht nicht mehr vertreten könnte. Okay. Ja, ich habe sie auch damals gesehen. Teilweise, als so diese Filme in den Ende der 90er kamen, diese drei Stück. In Freiburg, im Kino, nachts, Mitternacht ging es los. Ja, Szenenapplaus für jeden kleinen Roboter, der auftauchte. Laserschwerte im Publikum und so weiter. Habe dann gedacht, okay. Und habe das tatsächlich mit meinen Kindern jetzt nochmal komplett die ganze, die ganzen drei Trilogien durchgestanden. Und es hat mich ehrlich gesagt wieder nicht gekickt. Ach ja, Frank. Du als alter Raumfahrer, Mann. Ja, ich beschäftige mich da lieber mit der Realität. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fantasy-Mensch. Ach Mensch. Dann lass uns doch mit der Realität beschäftigen, mit der Triathlon-Realität. Die macht mich nämlich ganz genauso nervös wie diese anderen Sachen. Wahnsinn. Ich bin, ich habe es vorher gesagt, ich bin noch sehr aufgejuckelt und gehypt vom Wochenende. Ja, in St. George war nämlich der Krieg der Sterne der Triathlon-Welt. Wir sprechen gleich darüber, aber bevor wir dazu kommen, haben wir für diese Episode einen Präsenter für euch und zwar einen neuen Präsenter mit einem schicken Angebot. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon. Sailfish steht für Top-Produkte im Bereich Neopren, Swimskins, Renneinteiler und Equipment. Auf die Top-Athleten wie Patrick Lange, Andreas Dreitz, Florian Angert und Laura Philipp vertrauen. Sailfish ist exklusiver Schwimmpartner unseres Rookie-Programms von Power & Pace. Da startet übrigens am kommenden Montag quasi die zweite Klasse, also die Second Class. Die erste ist jetzt in Woche vier. Dann geht es weiter. Jeden Monat gibt es einen neuen Rookie-Kurs und Sailfish ist da unser stolzer Partner für das Thema Schwimmen. Ja, und Sailfish hat für diesen Monat auch ein besonderes Angebot für alle Hörer dieses Podcast. Also man muss dafür nicht Rookie sein. Das geht auch an die erfahrenen Athleten raus und zwar mit dem Rabattcode Back to Racing. Alles in kleinen Buchstaben. Back to Racing. Wir schreiben das auch nochmal in die Shownotes. Damit erhaltet ihr beim Kauf eines Sailfish Neos auf Sailfish.com einen Sailfish Aerosuit Renneinteiler zum halben Preis. Ihr legt einfach diese beiden Produkte in den Warenkorb und gebt den Rabattcode ein und dann bekommt ihr den Neo zum vollen und den Renneinteiler zum halben Preis. Das Ganze gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht und wird euch ermöglicht und präsentiert von Sailfish. Made to make you faster. Ja, wir beschäftigen uns mit den irdischen Dingen des Triathlons und überirdischen Leistungen. Wir haben am Samstag gebannt nach Utah geschaut. Utah in den westlichen USA. Genauer gesagt St. George. Dort findet im September die Ironman 73 Weltmeisterschaft statt und da es da jetzt auch einen normalen 73 gab, der nicht so unbedeutend war, weil er immerhin die Nordamerikameisterschaft war, haben viele Profis das genutzt, um sich entweder für die WM zu qualifizieren oder die Strecke anzutesten oder überhaupt mal wieder gegen echte Konkurrenz anzutreten. Und das war ein Spektakel. Wahnsinn. Es war ein wahnsinniges Spektakel. Ich meine, wir haben ja auch viel im Vorfeld darüber schon gesprochen und berichtet und alle Eventualitäten durchgekaut und so weiter. Und es, also das Rennen hat definitiv nicht enttäuscht. Es war alles dabei. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, wenn man das aufdröseln will. Ich würde ja fast so weit gehen, dass das, dass das Finish fast schon historisch war. Also auch wenn man so in die Kommentare guckt, die Leute sind extrem begeistert darüber, wie es letztendlich ausgegangen ist und wie das zustande gekommen ist. Und ich finde vollkommen zu Recht, denn das war wirklich Triathlon vom Feinsten. Und man konnte ihn endlich mal wieder gucken. Man musste sich nicht auf irgendwelche Tracker setzen und irgendwie versuchen zu verstehen, warum irgendjemand jetzt wieder sich auf einer anderen Position befindet, sondern man konnte live dabei sein. Das war gut. Ja, ich habe das Ganze nicht in voller Länge live verfolgt. Ich war in familiären Angelegenheiten unterwegs, aber das, was ich gesehen habe, fand ich auch total klasse. Saubere Bildführung, endlich mal, nachdem wir sehr viel Geruckel gesehen haben über die letzten Monate. Vom Kommentar habe ich nicht so viel gehört, aber als ich gesehen habe, wer da kommentiert, gehe ich mal davon aus, es war ein durchaus fachkundiger Kommentar. Tolle Regie und das Ganze ist doch sehr gut angekommen in der Szene, zumal das Rennen eben auch seinen Beitrag geleistet hat. Mit allem, wie Social Media natürlich funktioniert. Natürlich gibt es auch da wieder Leute, die sich darüber beschweren und sagen, warum ist denn dieser kostenlose Livestream jetzt nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Klar, man kann immer an allem rummeckern. Wie gesagt, ich war extrem erfreut darüber, dass ich überhaupt dazu gucken konnte. Denn das wäre sehr schade gewesen, wenn man das nicht live gesehen hätte. Also es wäre auch wirklich der Leistung nicht gerecht geworden. Ja, wir sollen was machen. Sollen wir, ja, erstmal müssen wir mal sagen, wer gewonnen hat. Sollte es Menschen geben, die das noch nicht mitbekommen haben, gewonnen hat Lionel Sanders. Und zwar in einem epischen Fight auf der Laufstrecke gegen ganz viele Leute, aber letztendlich durchgesetzt hat er sich dann vorne gegen Sam Long und auf Platz drei dann Magnus Dittlef. Ja, lass uns erst übers Männerrennen sprechen, oder? Genau, reden wir darüber. Das war spannender, wenn auch das Frauenrennen nicht von der Spitzenleistung her weniger hochklassig war. Aber spannender war es bei den Männern. Ja, also es hatte mal wieder, ohne dass wir jetzt den Rennverlauf im Detail jetzt hier nacherzählen müssen, das kann man alles nachlesen auf trimark.de. Aber ich finde, es sind so viele Erkenntnisse rausgekommen, über die wir sprechen können. Ja, trotzdem vielleicht von vorne nach hinten. Also ich meine, letztendlich richtig abgegangen ist es tatsächlich dann beim Radfahren, wo viel so passiert ist, wie man es erwartet. Also dass einfach die, in Anführungsstrichen, Überbiker vorne wegfahren. Magnus Dittlef, wir haben viel über ihn gesprochen, der hat auf dem Rad vorne, wie die Feuerwehr, versucht das zu machen, was er machen muss, um einfach vorne zu bleiben. Und dahinter dann, und das ist vielleicht so die erste Erkenntnis, über die wir vielleicht mal sprechen können, bildet sich dann irgendwann mit sehr, sehr guten Radfahrern und Schwimmern, die immer weniger Defizite haben. Also das, was vor, ja, vor ein, zwei, drei Jahren noch war, irgendwie so, ja, Athlet XY kommt irgendwann aus dem Wasser und hat so viel Rückstand, dass das schon nichts mehr wird. Das gibt es nicht mehr so richtig. Irgendwie selbst die, in Anführungsstrichen, schwächeren Schwimmer, sind dann mittlerweile so gute Allrounder, auch in den anderen Disziplinen und so gute Athleten, dass sie einfach auffahren. Und dann sieht man eben das, was wir jetzt auch wieder gesehen haben und über das wir schon viel gesprochen haben. Man sieht eine lange Kette von Top-Favoriten, die, ja, die den, den führenden jagt. Und, ja, wir haben da schon drüber gesprochen. Wer, wer sich vorne zeigt, ist dann häufig am Ende der Dumme. Ja, weil, weil man einfach so viel Kraft lässt, ja, dass es dann einem eventuell zum Verhängnis werden kann. Und ich habe mich mal so durch die Kommentare auch und wie sich die Profis dann darunter unterhalten, wenn sie sich dann dann gegenseitig schreiben, durchgeguckt. Und eigentlich sind sich alle einig, dass das mit der aktuellen Abstandsregelung keine, ja, was soll man sagen, keine fairen Bedingungen mehr sind. Es ist, nein, das kann man so vielleicht nicht sagen. Es steht ja jedem frei, sich da einzureihen oder vorne weg zu fahren. Aber es, ähm, es ist mittlerweile eine Situation erreicht, wo der, wo die Dichte einfach so hoch ist an, an, an guten Leuten. Ähm, und wir wissen, dass wenn du in so einem Pack drin steckst, an dritter, vierter, fünfter, sechster Position, dass du dann einfach Windschatten genießt, obwohl du dich an die Regeln hältst, ja. Und dafür sind die einfach mittlerweile so schnell. Ähm. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, wie man da rauskommen soll. Ich habe auch keine Patentlösung. Ich meine, wir haben schon öfter Rennen jetzt gesehen mit, äh, mit 20 Metern, ähm, Windschattenbox. Aber ob das überall umzusetzen ist und auch bei den Teilnehmerzahlen und so weiter, auch schwierig. Ne, ich sag mal, je relevanter das Rennen, desto wichtiger natürlich eine Einhaltung der Regeln. Aber das wissen wir alle von Hawaii, ähm, von normalen 73 Weltmeisterschaften, wo es nicht gleich so in die Seealten geht wie in Nizza, dass, äh, ich meine, mitten in der Lava, in Kona, da hast du einfach dann mal eine Perlenkette von 20 Athleten, ja, wo sich relativ wenig bewegt und wo ganz klar die Leute, die vorne arbeiten, äh, deutlich mehr Leistung bringen müssen, als die, die hinten, äh, sind. Du hast aber auch überhaupt keine Chance, wenn du jetzt sagst, okay, jetzt übernehme ich mal die Initiative, von hinten nach vorne zu fahren. Ja, da bist du, da bist du auf. Dann ist das Rennen nach 50 Kilometer vorbei, wenn du an 20 Leuten vorbei musst. Das ist, ja, das, 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 das ist einfach so die, die Decke, nach der man sich strecken muss, was, ähm, was das Reglement da betrifft. Am Ende sehen wir ja dann bei den großen Rennen doch immer, dass sich dann die Leute, die das perfekte Gesamtpaket ab, äh, bilden können, durchsetzen. Aber das war jetzt ja nur die Nordamerikameisterschaft. Das heißt, da war noch kein Norweger und sonst was am Start. Wer weiß, was da passiert im September. Das wird ja nicht weniger, äh, dicht von der, von der, äh, Leistungsfähigkeit. Ja. Das wird vollkommen irre. Also, ich weiß überhaupt nicht, also, das, das wird vollkommen irre. Das war's ja jetzt schon, ähm, und ich, ich, ach, das, das wird so gut. Da, äh, also, da bin ich, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also, ich hab's ja vorhin im Eingang gesagt, ob das vielleicht schon, äh, ja, eines, ja, soll man immer nicht mit Superlativen um die, um sich werfen, aber alle sprechen immer über, äh, die 70-3-WM Südafrika, dass das eins der besten Rennen gewesen sei. Ähm, also, vom, pff, ihr, vom, vom Kampf und von dem, was, was da geliefert wurde, ist das bestimmt ähnlich gut gewesen. Ja, jetzt werden wieder viele sagen, na, da war kein Frodeno dabei und hin und her. Ja, aber, ähm, umso spannender wäre es zu sehen, wie es wird, wenn dann noch die paar Fehlende noch sind. Aber wir waren beim Windschatten, ähm, es ist tatsächlich so, mal Sam Long zum Beispiel hat gesagt, er hat sich dann irgendwann auch, äh, dann, dann, äh, an die, an die Spitze gesetzt, auch in der, in der Verfolgung, weil er gesagt hat, er hatte, also, sicherlich wäre es schlauer gewesen, ähm, sich einfach irgendwo einzuordnen und zu sparen, aber er hat gesagt, er hatte echt Angst davor, dass er, äh, äh, dann eben ein Drafting-Vergehen begeht, weil das einfach schnell mal passieren kann, wenn's dumm läuft. Ähm, und sei es eben dann so, wie man, man, man schert kurz aus, ich mein, letztendlich, Beckegard ist zum Verhältnis geworden, äh, man schert aus, ist der Meinung, das ist ein guter Zeitpunkt zum Überholen und dann bist du rein und dann merkst du, oh, das war keine gute Idee und, äh, manchmal kann man's dann auch nicht durchziehen und, äh, aber zack, bist du halt in der Box gewesen und hättest es durchziehen müssen und, ja, und das bedeutet Zeitstrafe. Und, äh, also wie gesagt, Sam Long, bei dem hab ich's nur gelesen, weil er sich damit beschäftigt hat, er hat halt gesagt, er, er hat irgendwann die Entscheidung getroffen, er muss überholen und muss da dann zehn Leute am Stück überholen, ähm, das musst du natürlich auch erstmal überblicken können, ob das, ähm, ob da überhaupt genug Platz ist, dass du das da sicher überholen kannst und, ja, eben sicher in, in mehrerlei Hinsicht und vor allen Dingen auch eben, dass du keine Zeitstrafe bekommst, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, beim Ironman ist es auf der ersten Hälfte genauso, da gibt's aber noch die zweite Hälfte, wo sich das zerbröselt, in solchen Rennen wie 70-3 St. George nicht unbedingt in voller Breite, dass da das ganze Feld auseinanderfällt, ne? Ähm, hier kam's zu einer super, super packenden Laufentscheidung. Ja, also, ich mein, und da war's eben auch mal eben gut, die Bilder auch zu sehen, weil das sagt nämlich ja auch dann eben viel mehr aus irgendeine Liste mit Sekundenabständen, wenn du dann auf einmal siehst, dass da, ähm, also, Magnus Dittleff, lange vorne weggelaufen, er hatte halt einfach diesen Vorsprung, ne? Hat sich den, hat sich den erarbeitet, ähm, hat's geschafft, da eben vorne zu bleiben und, äh, wir haben's, das Szenario haben wir ja schon öfter gesehen, ne? Dass er vorne bleibt, aber eben, dass er dann auch relativ schnell eingeholt wurde und ich, mir ging's dann tatsächlich so, ich hab's geguckt und hab gesagt, so, irgendwie, gut, Daumen sind gedrückt, einfach für seinen, für seinen Kampfgeist, dass, äh, dass er das, äh, dass er das schafft und dann, ähm, kam eben diese Mannschaft von hinten angerauscht, ähm, mit Linus Sanders, mit, Sam Long dann weiter hinten, ähm, wo man dann gedacht hat, so, ja, okay, jetzt ist es um ihn geschehen, so, ne? Wieder einmal, aber dann hat er so die Zähne zusammengebissen und ist dann dann tatsächlich noch dran geblieben, um seine Position zu verteidigen und letztendlich hat es ihn, äh, dann eben auf dem dritten Platz gehalten, ne? Und, äh, das, im Zielinterview wirkte er fast so ein bisschen geknickt, hatte ich so den Eindruck, ähm, vielleicht ist es aber auch die nordische Zurückhaltung einfach noch so, also im, im Nachhinein hat er gesagt, war er einfach, äh, war er einfach super happy damit, dass das jetzt mal fürs, fürs Podium gereicht hat, ähm, ja, für, für mich so ein, für mich so ein bisschen so der, der heimliche Sieger, weil, weil es so zumindest mal fast gereicht hat, so, ne? Und ich finde, es ist absehbar, dass es irgendwann auch gegen so ein Megafeld irgendwann mal reicht, so. Ja, vielleicht auf einer anderen Strecke, weil diese Strecke ist für einen, der auf dem Rad ausreist, psychologisch, glaube ich, der Horror, weil die ganze Konkurrenz beim Laufen fünf Minuten geradeaus gucken kann und sieht, wie viel sie aufholen muss, ja, und, ähm, auf diesen langen Geraden, ich glaube, das, das ist ein richtiger Anreiz gewesen für die Verfolger, da zu gucken, hey, wir kommen näher, Schritt für Schritt und das auch wirklich Schritt für Schritt, äh, zu sehen. Der wird größer, der Große, da vorne. Und ich meine, und die, die Laufstrecke, auch das haben alle gesagt, ist dann auch mörderisch, ne? Immer mit auf und ab und entweder zieht sie den Stecker, weil es bergauf geht oder, oder bergab irgendwie, weil, ja, weil, weil ständig irgendwie Krampfgefahr besteht und, ah, es war einfach nur, einfach nur gut zu sehen irgendwie letztendlich, ja, und jetzt haben wir es, ähm, letztendlich hat es sich dann ja, als dann, äh, äh, Beckegard dann raus war, äh, darauf, äh, auf das, auf, wo man, ja, wo Monate, kann man fast sagen, darauf hingearbeitet hat, auf dieses Duell zwischen Linus Sanders und Sam Long, ist es dann letztendlich tatsächlich so gekommen, dass die wirklich Schulter an Schulter laufen. Und ich hab gedacht, so, ich meine, solange die in der Gruppe gelaufen sind, Sam Long ist auch lange dahinter geblieben, so, ich glaube, das war auch taktisch auch, äh, durchaus gewollt, um zu sagen, irgendwie so, ich hab die noch, äh, im Blick und das passt auch alles, aber als dann wirklich es dann auf den letzten Kilometern dann eben hieß Long oder Sanders und die wirklich Seite an Seite gerannt sind und auch nicht mal ansatzweise gesagt haben, irgendwie so, ich, der eine geht mal ein bisschen vor, der andere geht mal dahinter, sondern die liefen halt wirklich dann in diesem, ja, in, 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 in diesem Iron-War-Modus, sag ich mal, nebeneinander her und, äh, man kann sich ja nur versuchen, da rein zu versetzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass beide gedacht haben, so, nie im Leben darfst du dieses Duell verlieren und das kann natürlich zu höllischen Schmerzen führen, wenn du, wenn du weißt genau, irgendwie so, also keiner, keiner konnte sich nur irgendwie die Blöße geben und das hat er auch wirklich bis zum, bis kurz vor Schluss, ähm, durchgezogen und, äh, ja, ich hab auf Long getippt, allein der Optik wegen, aber wir wissen, dass, ähm, Lionel Sanders kein, kein Lauf-Ästhet ist, äh, der Eindruck hat man wieder getäuscht. Völlig egal, ne, ja, ja, klar, ganz anders, also kann man natürlich dann auch beobachten, aber nicht, nicht erfolgreicher oder, oder, äh, das wäre ja wirklich auf dem Niveau auch, äh, wäre das ja anmaßend zu sagen irgendwie, er müsste da mal was dran ändern, ne, also das wäre ja klar, ähm, ja, aber, aber faszinierend. Was ich wirklich gesehen habe, man konnte, es gibt ja die, äh, die letzten fünf Minuten, ähm, gibt es auch, ähm, bei Lionel Sanders auf seinem YouTube-Kanal, kann man sich's angucken, nochmal vom Fahrrad aus gefilmt, nehme ich an, vom Fahrrad oder vom, vom, äh, Motorrad aus, ähm, und der bleibt komplett drauf halt auf diesem, äh, diesem Duell und man kann gut sehen, wo der Punkt ist, an dem es, äh, äh, kippt und dann kann man jetzt sagen, entweder war es Glück oder es war eine Meisterleistung, äh, von, von Lionel Sanders. Wenn das, äh, sie laufen durch eine, eine Verpflegungsstation und Sam Long ist quasi genau gleich auf, kurz dahinter, wirklich, wie sie auch vorher gelaufen sind, mit, mit einem Meter Abstand vielleicht und so und dann greift er zu einem Wasserbecher, einmal nur kurz gucken, Wasserbecher zum oben rüber kippen und in dem Moment reißt eine Lücke von zwei Metern, Lionel Sanders dreht sich um und es werden drei Meter, es werden vier Meter und dann ist auf einmal das Loch da und ich bin gespannt, also jetzt in dem Moment, wo wir aufnehmen, ist die Rennanalyse von Sam Long noch nicht raus gewesen, aber ich bin gespannt, ob er das, äh, so auch rückblickend analysiert, dass er sagt, das hätte ich mal lieber nicht machen sollen, ähm, aber ich fand's so cool zu sehen, wie, wie Sanders sich halt danach auch immer noch, äh, ein, zwei Mal umdreht und sieht, okay, jetzt ist die Lücke da, jetzt Vollgas und jetzt muss es passieren, weil wenn der jetzt nochmal rankommt, dann bin ich fällig, so, dann, dann, dann schaffe ich das nicht mehr und, äh, er zieht's dann wirklich durch und, ja, wie die beide im Ziel zusammengebrochen sind, einfach, wo du einfach siehst, okay, das ist einfach Endstufe, da geht gar nichts mehr, null, ja, und dann, äh, und dann zu sehen halt eben, dass diese, diese Konkurrenten, die ja auch schon öfter gesagt haben, dass sie auch Respekt vor sich haben und, ähm, dass das auch alles ein bisschen Show ist, äh, die auch dazugehört und auch, dass man manchmal Sachen sagt, die man vielleicht, äh, außerhalb der Rennwoche nicht sagen würde und dann sind sie halt auf Tape und dann sind sie halt raus, motiviert ja auch, aber dass die beiden dann nach so einem Kampf einfach auch, äh, sich gegenseitig hochhelfen können, sich stützen, sich in den Arm nehmen können und dass bei Lionel Sanders auf einmal die Gesichtszüge entgleisen und der kurz davor ist, in Tränen auszubrechen, siehst du ja auch, was das für eine, für eine mentale Anspannung für die gewesen sein muss, ne, ähm, ja, geil und wir reden über ein Rennen, äh, ja, äh, im Frühjahr, ne, was, was kann da alles noch kommen dieses Jahr, das ist total irre, ja, ja, also, ja, wie gesagt, Lionel Sanders vor Sam Long und Magnus Ditleff, äh, vierter Rudi van Berg, äh, fünfter, der, der, der war einer der, der Dummen diesmal, ne, der extrem viel gearbeitet hat und am Ende ist halt nicht das Podium, ähm, kann an anderen Tagen auch wieder anders laufen, aber, ja, viel auf dem Rad gearbeitet, nicht belohnt am Ende. Ja, dann Jackson Laundrie aus Kanada und dann kommen die Athleten aus dem deutschsprachigen Bereich, angeführt mal wieder von Andreas Dreitz auf Platz 6, ja, also der zieht seinen Stiefel da weiter durch in Nordamerika, ähm, siebter Florian Angert, achter Paul Ruttmann aus Österreich, äh, wieder mit einer bärenstarken Radleistung, nicht ganz die schnellste Radzeit gefahren diesmal, aber bestätigt das, was er gezeigt hat, äh, schon in Dubai. Und den Quali-Platz geholt, ne? Und den Quali-Platz geholt. Das war das große Ziel und, äh, hat er geschafft, aber dafür musste er auch alles raustun, hat er gesagt, irgendwie, Rennanalyse kann erst später folgen, hier muss erst mal wieder zu, zu Atem kommen. Ja. Ja, wie gesagt, äh, Dreitz und Angert, Platz 6 und 7 ist, glaube ich, ein durchaus respektables, äh, Ergebnis in diesem Rennen? Mehr, würde ich sagen, viel mehr. Also, ich meine, man darf jetzt auch nicht den Fehler machen, ähm, ich meine, äh, ich hab's gerade eben gesagt, wir sind im Frühjahr und Andi Dreitz sammelt Rennkilometer um Rennkilometer und es wird das Rennen kommen, da bin ich mir ganz sicher, ähm, und wenn's auf der Langstrecke dann irgendwann ist, wo, wo er das auch dominieren kann, weil er ist so bärenstark auf dem Rad auch, das hat er wieder gezeigt, ähm, da, und, und, ich meine, in so einem Feld, dass dann auch immer, ich meine, da ist dann Platz 6, äh, du weißt, über wie viele Namen wir gesprochen haben, ne, und da waren nochmal die ganzen Unbekannten, die noch ins Spiel kommen können, noch gar nicht, äh, mit dabei und das Platz 6 ist halt supergut, ähm, hat sich auch, äh, bei Florian Angert auch bedankt irgendwie, dass er ihn, äh, immer gepusht hat, dass er auf Platz 6 bleiben muss, dass er den Druck auch bekommen hat, ja, und für Florian Angert, ähm, da bin ich, äh, bin ich tatsächlich sehr gespannt, er hat sich, äh, zufrieden geäußert, ähm, mit einem, mit einem, mit einem kleinen Zwinker, äh, Smiley, weil der steckt halt in der, in der Vorbereitung für Tulsa, ne, der, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass er auch nicht auf so ein Battle aus war, ähm, und dass er deswegen, glaube ich, in allen Disziplinen sehr, sehr gut dabei war und, äh, dass das für ihn genau das ist, ähm, kann ich nur mutmaßen, aber wo er, wo er, so, so ist es, glaube ich, gut gelaufen für ihn, so, dass er sagen kann, das ist genau das, was ich jetzt noch gebraucht habe als, als Aufbau. Ja, und dann haben wir mal wieder einen Finish von Michael Rehlert, inzwischen 40 Jahre alt, ja, letzte Woche haben wir noch darüber spekuliert, ob, äh, er denn startet, das war so ein bisschen undurchsichtig, der ist Zwölfter geworden, beim Schwimmen ganz weit vorne dabei, ja, ähm, ein kleines Comeback, kann man das bei ihm so sagen? Ich würde fast sagen, mehr als das, also, ähm, ja, müssen wir noch ein bisschen Abbitte leisten, ähm, für die, die es nicht gehört haben, wir haben uns letzte Woche so ein bisschen dazu hinreißen lassen, zu sagen, irgendwie so, ja, Michael Rehlert steht auf vielen, äh, Startlisten, wir können uns nicht vorstellen, dass er startet, weil es eben halt dieses Jahr schon mehrfach der Fall war, dass er auf Startlisten stand, auf denen er, äh, bei denen er dann nicht gestartet ist. In diesem Fall haben wir natürlich dann, ja, voll ins Klo gegriffen, denn es war tatsächlich so, dass dann wenig später die Bestätigung kam, ja, er geht, er startet und da kann man auch tatsächlich, muss man auch mal das Rehlat-Lager so ein bisschen in Schutz nehmen, für die ist halt auch blöd, die, wir hatten Rücksprache mit ihnen jetzt, die melden natürlich auch für mehrere Rennen und, äh, dann verändern sich manchmal Situationen und dann wird auch ordnungsgemäß wieder abgemeldet, aber er steht dann trotzdem noch auf der Startliste, also, es gibt da keinen richtigen Schuldigen so, äh, in dem, und umso mehr hat es mich dann gefreut, als die Nachricht kam, Michael Rehlat geht an den Start und dass er natürlich dann mit so einer Leistung da, ähm, ja, sich wieder zeigen kann, finde ich extrem gut, ähm, und umso erstaunlicher finde ich, dass, dass er nur so mäßig zufrieden ist damit, ne, also, du hast es gesagt, beim Schwimmen und beim Radfahren, ja, Bombe, ich meine, im Prinzip, äh, ja, ganz vorne mit dabei und, äh, beim Laufen, ja, ähm, er sagt so, deutlich unter den Möglichkeiten geblieben, die, die, die sie momentan sehen und, ähm, ja, wenn das so ist, umso besser, also, weil, wenn, wenn deutlich unter den Möglichkeiten bedeutet, dass man eben, äh, in so einem Feld dann noch zwölfter wird und, ähm, gar nicht mehr so viel verloren hat, obwohl das Laufen dann nicht so gelaufen ist, wie man sich es vorgestellt hat, dann, äh, ja, ist da, ist der Stand offenbar ganz gut, ich meine, das hat man ja gesehen beim, äh, beim Schwimmen und dann beim Radfahren, also, mich hat das bei aller Neutralität auch sehr gefreut, dass, äh, dass das nach vielen, ja, äh, Monaten, kann man sagen, wo es auch oft nicht so gut gelaufen ist, dann jetzt mal eben dann eigentlich, ja, dass man, dass er das Rennen mitbestimmen konnte. Ja, und wir werden ihn bald wieder sehen, dazu später mehr, um das noch abzuschließen, Maurice Clavell einen Platz hinter Michael Rehlert auf Platz 13. Ja. Ja. Der war nicht zufrieden. Das, äh, sieht man auch, zieht sich auch durch, äh, vor allem die zweite und dritte Disziplin, das ist, glaube ich, nicht das, was er sich vorgestellt hat, äh, Frederik Hänes als Jungprofi auf Platz 38, das ist dann aber auch schon fast eine halbe Stunde hinter den Siegern. Ja, ähm, aber was man dann auch nicht, und das gilt auch für Maurice Clavell, äh, nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass dann auch so Leute wie, ähm, äh, Ben Canute zum Beispiel, die, die ja in den letzten Wochen den Stand ihrer Fitness gezeigt haben und die, äh, immer mit vorne waren und immer, äh, mitgemacht haben, da, wo die Musik gespielt wurde, die gehen dann in so einem Rennen auch mal richtig unter, ne, und, und, äh, landen irgendwo unterferner liefen. Da ist dann nämlich alles, was irgendwie so Richtung Top Ten schielt, schon mal, selbst wenn sie sagen, dass das ein schlechter Tag war, schon mal gar nicht so schlecht, oder beziehungsweise die andere Seite zeigt, wie schnell das gehen kann, ne, du, du, du hast ein, also ein gutes Schwimmen und hast dann auf einmal nicht die Beine, dann zack, bist du abgemeldet, wenn du, wenn du diesen Riesenzug dann eben nicht beherrschen kannst, ja, und klar, dann ist Laufen natürlich auch eine Kopfsache, ne, das dann durchziehen zu können, ähm, aber es lohnt sich am Ende dann, eben, wenn man es durchzieht, dann doch. Ja, ja, und das haben wir alle schon erlebt, es gibt nicht nur die tollen Tage im Triathlon, es gibt auch mal die Tage, die sind gebraucht und da geht man einfach hoch und dann wird so ein Rennen verdammt lang, ja. Ja, bei den Frauen ist es so gekommen, wie wir es erwartet haben, oder? Kann man das so sagen? Wobei, ähm, diese Überlegenheit, wie wir sie gesehen haben, einer Daniela Rief, auch gegenüber einer, einer Emma Pelland oder einer Paula Findlay oder Sky Münch. Findlay. Findlay, ja, Holly Lawrence, ähm, das war schon eine Machtdemonstration zwischendurch, die könnte man auch als Deklassierung werten. Boah, das ist jetzt hart gesagt. Ja, doch. Ja, aber du darfst aber auch nicht vergessen, dass, äh, Daniela Rief dafür einen Streckerekord hinlegen musste, ne, für diesen Abstand. Also, das ist schon, äh, die, die hat schon auch, ähm, auch schon, schon ordentlich was hingelegt und, äh, ja, klar, der, der Vorsprung war dann groß, aber wenn du dir dann auch mal anguckst, ähm, wie die auch dann dahinter, äh, die, die, die Athletin dahinter das einordnen, dann wissen die schon auch, und das will ich jetzt hier auch gar nicht in Abrede stellen, ne, klar, Daniela Rief ist vorne und, äh, die ist back in business, so, ne, das, das hat sich, äh, in Dubai angedeutet, das zieht sich jetzt weiter, müssen wir nicht drüber, äh, diskutieren. Die ist so stark wie eh und je, ähm, vielleicht sogar, wenn man sieht, wer dahinter alles so, ja, jetzt da eine Rolle gespielt hat, das waren nämlich ja die üblichen Verdächtigen, die in den, in den letzten Wochen Podiumsplätze gesammelt haben, ne, und, und, ähm, wenn du die dann so abhängen kannst, ja, dann kannst du es dir auch, äh, dann auch erlauben, dass dein Vorsprung dann nur noch auf drei Minuten zusammen schmilzt, wenn da, äh, vorher auch schon mal deutlich mehr gestanden hat, aber, ja, eine beeindruckende Vorstellung, auch da gingen wir natürlich sofort wieder durch den Kopf, äh, was ist mit Anne Haug, was ist mit Laura Philipp, wenn, äh, weißt du, wenn die, wenn die wiederkommen und die alle aufeinandertreffen irgendwann mal alle in Topform, ähm, und Lucy Charles Barkley noch dazukommt und, äh, da weiß ich nicht, wer da noch alles fehlt, ich meine, natürlich kann man sie nie alle in einem Rennen haben, aber vielleicht dann eben dann sehr, sehr viele dann eben doch bei den Meisterschaftsrennen und, äh, ja, keine Ahnung, man, man ist immer, lässt sich immer dazu verleiten, jedes Jahr zu sagen irgendwie so, das ist so stark wie noch nie, aber ich habe tatsächlich fast den Eindruck, äh, wenn du das alles zusammenwirfst, dann ist Triathlon irgendwie gerade dabei, nach dieser langen Pause irgendwie auf ein neues Niveau zu hüpfen, also zumindest in der Breite, ich meine, äh, herausragende Leistungen vorne haben wir immer gehabt, aber ich meine, an wie viele Rennen können wir uns erinnern, wo es war irgendwie so, ja, beim Radfahren an die Spitze gesetzt und dann danach, ja, waren die Abstände klar, da passiert nichts mehr da vorne, da passiert nichts mehr nach hinten, ist im Prinzip gegessen, so, ne, und irgendwie habe ich das Gefühl, momentan, es gibt Positionswechsel, du siehst andauernd, also jetzt gerade, wenn wir nochmal aufs Männerrennen switchen, das haben wir in Daytona gesehen, das haben wir in Miami gesehen, äh, das haben wir jetzt gesehen, wir haben das, wir haben enge Finishes in Dubai gehabt und so weiter, du siehst andauernd Gruppen auf der Laufstrecke, die um den Sieg kämpfen, das ist, das war ja früher was Besonderes auf Mittel- und Langdistanz, mittlerweile siehst du das fast in jedem Rennen und das, äh, ist so von Zuschauerperspektive, ist das echt genial, ich meine, du hast jetzt hier Jenny, Jenny Metzler auf Platz zwei, die ist zweite in Texas geworden, zweite in St. George, wer weiß, wofür das gut ist, ich meine, im, im Verhältnis zu denen, die eben da noch hinter ihr gelandet sind. Ja, 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 wenn man das in Relation setzt, die ist exakt gleich geschwommen wie Daniela Rief, äh, hat sich dann auf dem Rad sieben Minuten aufbrummen lassen, aber beim Laufen ist sie drei Minuten schneller unterwegs gewesen, da ist halt die Frage, wie weit gefordert war denn Daniela Rief noch beim Laufen, aber ich gebe dir völlig recht, äh, das sind jetzt erste Anzeichen einer Saison, die enorm spannend wird, ja, weil wir haben es noch nicht erlebt, dass sie wirklich alle da waren, ja, ähm, und ich sage mal, so Rennen wie Daytona und Miami, äh, die waren toll, aber das ist, glaube ich, noch so ein bisschen ein Sonderformat des Triathlons, äh, wo Rennen anders verlaufen, ich glaube, wirklich da draußen, wie wir es jetzt in, in St. George gesehen haben, da laufen die Rennen dann doch nochmal ein bisschen anders und von daher, ähm, freuen wir uns, wenn das auch weitergeht auf den, auf den Speedways, aber, ähm, die, die Rennen, die einfach auch dann, ich meine, das ist ja auch eine spektakuläre Kulisse da gewesen in St. George, also ich, ich mag das ja, so ein bisschen Wüste und so, also, äh, nicht wegen Star Wars, aber da gibt es das auch, ne, aber das war schon, das war schon, man kann wirklich sagen, unterm Strich, großes Kino, ja, ähm, von der sportlichen Leistung und von der Darbietung, wie wir sie über Facebook, äh, bekommen haben hier nach, nach Europa, äh, live, das war schon toll. Ja, ja, und auch so, ja, total, ähm, und, äh, ja, wir haben es jetzt ja gesagt, so irgendwie, dass, dass es häufig dann jetzt eben so dieselben sind, die entweder jetzt in Europa oder eben in Amerika jetzt quasi sich, sich battlen und in so kurzen Abständen und es geht ja dann weiter mit Tulsa, wir haben schon häufig drüber gesprochen, dass die, die dann auf der Langdistanz sich probieren, dann da irgendwie, ja, ihr erstes richtig, richtig wichtiges Rennen haben und, ähm, ja, und für viele galt es halt eben so, ja, jetzt ausprobiert, ähm, und wir sehen uns dann im, äh, Herbst dann nochmal wieder, wenn wir dann in Topform, äh, wiederkommen und, ja, es geht zum Beispiel auch so wie für Holly Lawrence, wir hatten uns ja im Vorfeld darüber unterhalten, ich hatte gesagt irgendwie so, dass sie für mich tatsächlich so ein bisschen so eine Wundertüte ist, weil ich das schwer, schwer ein Gefühl dafür kriegen konnte, wie, äh, wie weit sie ist und, ähm, ja, jetzt ist das Rennen für sie auch ganz anders gelaufen, aber auch da muss man halt halt immer, als, als sie sich das wahrscheinlich gewünscht hat, ähm, und aber auch da muss man immer mal wieder drauf gucken, wie kommt das zustande, also sie hat zum Beispiel jetzt im Nachhinein sich so geholfen, dass sie beim Schwimmen einen Asthmaanfall hatte, also was sie für sich als einen Asthmaanfall definiert hat, sie hat dann Panik gekriegt und deswegen extrem spät aus dem Wasser gekommen und, ähm, dann hat sie alles reingelegt, um nochmal nach vorne zu kommen, war zwischenzeitlich schon mal auf Platz 4 und ist dann aber, so hat sie es tatsächlich geschrieben, dann halt eben gestorben irgendwie, dann auf den, auf den letzten Kilometer und noch wieder auf Platz 6 zurückgereicht, ähm, aber die ist mit sicherlich, mit Sicherheit auch eine, ja, die, die sagt halt, also sie, sie hat es auch so gesehen, St. George hat mir in den Arsch getreten, aber ich komme wieder mit dem Herzchen, so, und dann, dann gucken wir, wo es geht. Paula Finlay war auch, ne, äh, nicht, nicht wirklich zufrieden, hatte mehr erwartet von, von ihrem Rennen, ähm, aber sie hat es auch genau so beschrieben, was wir jetzt auch besprochen haben, dass eben die aktuelle Stärke des Feldes und die, die Enge, ähm, einfach keine Fehler und keine Schwächen erlauben. Eine, eine Schwäche und du bist abgemeldet, dann hast du mit dem Sieg hier nichts mehr zu tun. Ach, das war gut. Ja. Guter Auftakt. Ja, eine schreckliche Meldung gab es aber noch im Zusammenhang mit dem Rennen und zwar ist ein Sportler während des Schwimmens verstorben, ja, man hat also gesehen, äh, die Rettungskräfte haben erkannt, da ist ein Sportler in Stress, ja, der hat ein Problem, ja, und, ähm, der ist dann also tatsächlich verstorben, man konnte ihn nicht retten. Das ist eine Nachricht, die in die gleiche Woche fällt wie die Meldung von Ironman, wir bieten unseren Athleten in Europa an, selbst zu entscheiden, ob sie die Schwimmstrecke in Angriff nehmen wollen oder nicht. Ähm, das steht jetzt natürlich in keinerlei Zusammenhang, äh, wird aber im Zusammenhang natürlich diskutiert, ja. Es ist ja nicht der erste Mensch, der beim Triathlon, äh, ums Leben kommt, es gibt immer mal wieder diese Meldungen, in den allermeisten Fällen tatsächlich beim Schwimmen, ja, wahrscheinlich aus dem Grund, dass die, das Erkennen und, äh, die Rettung eines beim Schwimmen verunglückten Sportlers deutlich schwieriger ist als beim Radfahren oder Laufen. Ja, das denke ich auch. Ja, jetzt hat es also wieder jemand beim Schwimmen erwischt, also, ähm, ich hab mal vor ein paar Jahren eine, eine Zahl gesehen irgendwo, dass das in den USA, wo ja doch, ähm, das Triathlon-Geschehen noch ein bisschen größer ist als hierzulande, äh, dass es pro Jahr ungefähr 13 Fälle gibt im Schnitt, ähm, auch in Deutschland haben wir verschiedene Fälle gehabt, ähm, bei kleinen Rennen, bei großen Rennen, ich erinnere mich, äh, an den Familienvater in Köln, ich erinnere mich an die Staffelschwimmerin in Rot, äh, vor ein paar Jahren. Es gibt auch eine, äh, tatsächlich eine Wikipedia-Seite, wo diese Fälle aufgelistet sind, allerdings sind die sehr, sehr lückenhaft. Ja, es kommt vor, es gehört dazu zum Sport, ähm, nicht nur zum Triathonsport, ähm, wie ist das Ganze einzuordnen? Das ist eine gute Frage. Ich hab mich ja hier letzte Woche relativ weit aus dem Fenster gelehnt und hab gesagt, ähm, dass, ähm, dass, ähm, äh, ich denke, dass eine, gerade wenn wir über die Mitteldistanz reden, immer eine Strecke von 1,9 Kilometern keine so unmenschliche Leistung ist, dass man da direkte Zusammenhänge ziehen könnte oder dass man sagen kann, dafür muss man jetzt besonders gut trainiert sein, damit man das, äh, überhaupt irgendwie schaffen kann und dass es, äh, quasi gefährlich ist, jetzt, weil man nicht trainiert hat, äh, sich sowas zuzumuten. Und da hab ich natürlich jetzt nochmal drüber nachgedacht, äh, weil mir natürlich das auch so ein bisschen, ja, es ist mir schon auch nahe gegangen, hab dann überlegt irgendwie, äh, weil es natürlich schrecklich ist, was da passiert ist, aber auf der anderen Seite komme ich nach wie vor zu dem gleichen Schluss, äh, ich finde, ähm, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also, dass selbst wenn man nicht trainiert hat und ich glaube, dass das für die meisten in den USA nicht gilt, ja, weil da ja ganz andere Bedingungen waren, ähm, aber selbst wenn sie wenig trainieren konnten, dann glaube ich, dass solche Todesfälle in den meisten Fällen irgendwie damit halt nicht damit zusammenhängen, dass die Leute sich komplett verausgaben und dann so am Ende sind, dass sie einfach untergehen, sondern dass da irgendeine andere Geschichte eine Rolle gespielt hat. Ich meine, wir haben das selbst bei, bei Profi, äh, bei Profis, bei Norman Stadler zum Beispiel, dem fast die Halsschlagader geplatzt wäre damals und der sich eigentlich gesund gefühlt hat und da nichts von wusste. Und so ist es halt häufig, ne? Ich meine, ich hab das, äh, ich spiele Fußball, ich meine, ich glaube, auf jedem Amateurfußballplatz fällt jedes Wochenende irgendjemand um. Das ist schrecklich, aber ich glaube, das hat ja nichts mit der, mit der sportlichen Anstrengung an sich zu tun. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt verknüpfen kann. Ja, wenn man die Triathlon-Szenen in Deutschland oder Europa, ja, besonders in Deutschland und den USA vergleicht, da muss man schon sagen, dass die Szene im Ausdauersport insgesamt in der Breite hierzulande deutlich kompetitiver ist und dass auch die Leistungsfähigkeit und der Trainingszustand wahrscheinlich in der Breite besser ist. Es gibt natürlich in beiden Ländern das große Spektrum, aber ich weiß noch so, äh, ich war zwei, dreimal bei US-Marathons, da geht die Party im Ziel eigentlich nach fünf Stunden erst richtig los. Da war damals, äh, in Berlin Zielschluss, ja, bei fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden. Ist alles auch deutlich ausgeweitet worden inzwischen. Ähm, und natürlich, weil die USA größer sind, mehr Wettkämpfe haben, äh, allein wenn man sieht, was da an 70-3-Rennen läuft, ähm, kommen diese Meldungen häufiger von da, ähm, dass das jetzt so früh zum Saisonbeginn ist, ähm, ja, ich glaube, man darf das tatsächlich nicht fehlinterpretieren, dass es mit dem Schwimmtrainingsmangel zu tun hat. Das ist einfach mal ein Phänomen, ähm, was, was, was da ist, ja. Ich erinnere mich, äh, es gibt Untersuchungen und, äh, da begebe ich mich jetzt auf gefährliches Halbwissen. Ich meine, es lag irgendwie so in der Relation von, von 80.000, einer auf 80.000 Marathonläufer kommt ums Leben, ja, das heißt, alle paar Jahre hat man bei den großen Veranstaltungen mal diesen Fall, ja, und ich erinnere mich an die Aussage, äh, des, äh, Rennarztes des Berlin-Marathons vor einigen Jahren, der einfach im Ziel gesagt hat, ja, wir haben heute wieder einen Trauerfall zu beklagen oder einen Todesfall zu beklagen hier, aber hier war heute eine Kleinstadt auf den Beinen und in jeder Kleinstadt wird täglich gestorben, ja, und die Leute, die trainieren auf dieses Event und dieses Training ist einfach mal super gesund, verlängert das Leben und dann, ähm, ja, sind es aber trotzdem diese einzelnen Fälle, die dann natürlich auch durch die Presse und so weiter, ich meine, wir reden jetzt auch drüber, ähm, die dann weiterverbreitet werden und den Leuten in Erinnerung bleiben. Ja, klar, ich meine, letztendlich ist es ja jetzt auch in diesem Jahr eine besondere Situation und deswegen ist es ja auch richtig, dass man das hinterfragt und, äh, sich überlegt, was ist mit dem Schwimmen, aber, ich meine, klar, das muss jeder für sich selbst beantworten, wenn man sich, äh, nicht in der Lage sieht oder wenn man sich nicht gut fühlt und wenn man Angst davor hat, dann soll man das einfach nicht machen, ja, dann soll man sich dann nicht ins Wasser stürzen, ähm, aber ich glaube, man darf sich auch nicht zu viel Angst machen lassen, wäre, wäre mein, wäre mein Gefühl, also, also ich würde es schlimm finden, wenn jetzt der Eindruck entstehen würde, Triathlon ist gefährlich, weil wir kein Schwimmen trainieren können? Nein, das, äh, das glaube ich nicht, ne, also, ähm, wie du schon sagtest, dann ist man halt langsamer unterwegs, ja, aber wer jetzt langjähriger Triathlet ist, der kommt auch wieder rein irgendwann, ne, gefährlicher ist die ganze Situation einfach in, in, äh, den Bereichen, wo schwimmen momentan gar nicht gelernt wird, ja, bei den, bei den Kindern, ja, da ist einfach jetzt mal viel, viel Zeit ins Land gegangen, also, in der Kinder nicht schwimmen lernen konnten, ja, und da wird es dringend Zeit, das aufzuarbeiten, ähm, wenn es dann wieder möglich ist, ich, äh, ich hab da ja auch mich an einigen Diskussionen in letzter Zeit beteiligt, ich finde das sehr schwierig, ja, da wird immer dann so ein Laborversuch aus England hergezogen, wo, äh, Viren im Reagenzglas mit Chlorwasser aufgeschüttelt werden und nach 30 Sekunden ist davon nichts mehr da, das entspricht, glaube ich, nicht der Realität im Bad, aber wir sind auf einem guten Weg, dass das wieder möglich ist, dass wir Bäder eröffnen können und dann ist die Frage, für wen zuerst, wir können nicht alle gleichzeitig ins Bad lassen, ist es nicht dann erstmal ganz, ganz wichtig, dass die Kinder, die es in der Vergangenheit nicht gelernt haben, äh, weil sie einfach keine Chance hatten, dass die irgendwo erstmal, äh, schwimmbeschult werden, ja, weil schwimmen geht im Homeschooling in der Regel nicht, alles andere scheint da inzwischen zu funktionieren, also, ich sehe es ja in meiner Familie, aber mit dem Schwimmen, das ist wirklich ein Problem, was wir haben. Das ist so, ja, ja, klar, überhaupt Bewegung und so weiter, ja, das, äh, da kann man jetzt auch nur aufs gute, aufs gute Wetter, ja, hoffen, dass das, ja, sich irgendwann so wieder normalisiert, dass auch draußen mehr möglich ist, ne? Ja. Ja, soviel zum Thema St. George, wir kommen zurück nach St. George in vier Monaten und sind sehr gespannt auf die 73 Weltmeisterschaften, das, was wir gesehen haben am Wochenende, hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr und, äh, ich bin mir sicher, dass wir da in diesem Jahr noch eine grandiose Weltmeisterschaft sehen und erleben werden. Auf jeden! Ja. Ja, es fehlten ein paar Leute auf den Startlisten in St. George, einer war Javier Gomez, der hat nämlich, äh, gesagt, ich, ähm, äh, bettel mich da nicht mit, sondern ich gehe zur Konkurrenz, kann man sagen und momentan sehen wir wirklich, dass die Konkurrenz das, äh, Geschäft belebt, zur Challenge nach Cancun, Mexiko, ähm, wo er nämlich Bedingungen gefunden hat, die ihm vielleicht nochmal blühen in diesem Jahr. Ja, das kann man sagen und das war auch Sinn der Übung, ne? Also, du hast die Bedingungen angesprochen, ähm, das heißt Hitze, das heißt Luftfeuchtigkeit und das heißt beides zusammen. Und im Fall von Cancun war das, äh, morgens um 6.30 Uhr 32 Grad und 96% Luftfeuchtigkeit. Ähm, und das Ganze hatte eben, der ganze Sinn dieser Übung für Javier Gomez war halt einfach, äh, Hitzerennen zu simulieren und einfach sich dem zu stellen. Er hatte auch, wir hatten auch schon hier drüber gesprochen, ähm, vorher trainiert und da auch schon mal durchblicken lassen, dass das kein Spaß ist, äh, aber, ja, notwendig und, ja, es ist, es ist ihm offensichtlich gelungen. Also, der Test, äh, hat funktioniert, er hat gewonnen und, äh, sieht sich damit gut gerüstet. Aber er hat auch gesagt, ähm, ja, diese, diese Hitze hatte er vorher nur ein einziges Mal in Malaysia erlebt. Ansonsten war es das Heftigste, was er je gemacht hat und er war auch ja auch schon auf Hawaii, aber das scheint noch eine Stufe oben drauf gewesen zu sein. Ja, ja, ich hab auch mal einen kleinen Wettkampf in Cancun gemacht tatsächlich. Ähm, ich war zwei oder dreimal in Cancun noch zu ITU-Zeiten, als ich für den Weltverband unterwegs war und es gab in Cancun mal sowas ähnliches, äh, wie den Vorläufer von dem, was wir dieses Jahr als Olympia-Premiere erleben werden. Ein, äh, Team-Relay. Ich glaube, das war damals noch gar nicht mal mixt, aber es gab eine deutsche Mannschaft und jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die bestand aus Daniel Unger, Andreas Rehlert und Mike Petzold, würde ich sagen. Wow, hochkarätig. Also, die haben auch schon sowas gemacht, äh, drei kurze, ähm, Rennen hintereinander, ja, jeder hat Schwimmradfahren, Laufen hintereinander gemacht. Und das Ganze gab es damals auch für Corporate-Teams, ja, und, ähm, in unserer Klasse, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, haben, hab ich mit einem Corporate-Team, was sich vor Ort erst ergeben hat, die Silbermedaille, äh, gewonnen. Wir sind also zweites von zwei Teams geworden. Aber ich, äh, ja, ich hab da, ich hab da also auch nur für diese paar Kilometer auf dem Rad gesessen, äh, was ich vorher nicht kannte. Also, wir hatten auch nur ein Teamrad, ähm, ja, hatten aber unseren Spaß, aber ich hab da auch, äh, Wetterkapriolen erlebt. Ich weiß noch, ich bin, äh, rausgeschwommen und der Himmel zog sich zu. Und auf dem Rad guck ich irgendwann nach links und seh ein Tornado über dem, äh, Golf. Uah! Ne, also da war so eine richtige Windhose und, ähm, bin also noch bis zum Wendepunkt gekommen und es fing auf dem Rückweg sowas von anzurechnen, dass ich beim Laufen schon knietief im Wasser war. Also, ein solches Wetter im Rennen hab ich nie wieder erlebt, ähm. Ja, irgendwo in der Schublade liegt noch die Silbermedaille von einer ITU-WM, äh, die keinen Wert hat, aber Spaß hat's gemacht. Ja, sehr gut. Bei Javier Gomez, äh, liegt irgendwo der gute, äh, Siegerhut, der da obligatorisch ist, der Riesensombrero. Ähm, ja, der war gut auf jeden Fall. Muss man sich immer mal fragen, wie muss man wahrscheinlich den Flieger dann einfach aufsetzen, weil man ihn nirgendwo reintun kann. Aber gut, das ist nun mal so, wenn man sich, äh, dem stellt. Vielleicht passt er in die Laufradt-Tasche. Ja, vielleicht. Ja. Genau, um's komplett zu machen, hat gewonnen vor, äh, Rüdi Wild und vor dem, äh, unendlichen Andy Potts, der mittlerweile auch schon 44 ist, wenn ich das richtig gesehen hab. Ähm, aber immer noch, äh, gut ist dafür, ja, auch dem einen oder anderen hinter sich zu lassen. Also, der ist immer noch sehr, sehr, äh, kompetitiv dabei. Ja, ja, kompetitiv geht's weiter. Am kommenden Wochenende, wir blicken nach Italien, an die Adria, nach Riccione. Riccione. Ein weiteres Challenge-Rennen und ein erster Start in diesem Jahr für Sebastian Kienle. Ja, ich glaube, ähm, oder man, man, man weiß es ja, er hat ja, er hat ja auf Instagram gepostet, irgendwie in seiner Story konnte man sehen, wie er St. George, äh, verfolgt hat. Ähm, ich glaube, das hat ihn hart getroffen, könnte ich mir vorstellen, dass er, dass er da nicht dabei sein konnte. Ich glaube, nur dieser, dieser Funken, dass er quasi, äh, gesund geschrieben wurde für, für Riccione, hat, hat ihn da von einer tieferen Krise bewahrt, weil, äh, da ist natürlich, das, das ist natürlich was, wo, wo ein, äh, Wettkämpfer, wie Sebastian Kienle auf jeden Fall dabei sein will, ne, wenn, äh, wenn sich da die Crème de la Crème in die Schnauze haut, dann ist er, dann ist er dabei. Aber jetzt, ja, sehen wir ihn. Wir haben ja, wir haben ja drüber gesprochen, ähm, die Achilles-Szene ist besser. Ja, ja, ob das bedeutet, dass es alles ganz weg ist, da weiß ich nicht, aber das wird er uns auch so im Detail, äh, vermutlich uns und der Konkurrenz nicht so verraten, aber, ja, ich glaube, er wird kein Risiko eingehen, wenn er, wenn er nicht fit wäre, würde er nicht starten und, äh, ja, ich glaube, auch da ist es einfach, einfach schön, äh, ihn wiederzusehen auf der Rennstrecke. Ja, 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 also der fehlte uns noch in diesem Jahr, wir haben viele schon gesehen, aber auf Sebastian Kienles ersten Auftritt freuen wir uns natürlich, sind sehr gespannt, äh, wie gesagt, ein weiteres Challenge-Rennen, auch sonst nicht so schlecht besetzt. Ja, es ist ja, wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass, äh, dass es diese, ja, diese Zweiteilung gibt quasi, ne, zwischen, äh, zwischen der USA-Gang und der, der Europa-Gang, ähm, und hier haben wir jetzt auch ein paar, ähm, Namen auf der Startliste, die, äh, jetzt auch schon in Gran Canaria waren und, äh, auch da schon, äh, für Furore gesorgt haben. Also, ähm, Giulio Molinari ist dabei, der, für den hat es dann am Ende gar nicht, äh, ist, glaube ich, erst Zehnter geworden im Gran Canaria, aber es ist ja einer, wo wir auch im Vorfeld gesagt haben, der, der kann sowas, ne, also der ist auch jetzt hier zur Strecke gekommen, wir gleich nochmal gehen, auch da ist ein bisschen, äh, Höhenmeter mit drin, Hügel, ein fieser, steiler Anstieg, ähm, ja, wie gesagt, Molinari dabei, äh, Pablo da Pena, Zweiter in, äh, Gran Canaria, der ist sicherlich sehr stark einzuschätzen und, ähm, ja, auch einer, der, der jetzt, ja, ähm, der schon vielen großen Namen das Leben schwer gemacht hat und das, äh, wird er auch garantiert da tun, also, ähm, ja, einer der Favoriten, dann, äh, äh, Thomas Steger, da bin ich so ein bisschen, da bin ich tatsächlich hängen geblieben und habe gesagt, so, ja, stimmt, Thomas Steger, weil der, der hatte, äh, der war auf einem sehr, sehr aufstrebenden Ast und 2020 war er für ihn, ja, mit allem drum und dran, ja, nicht erfolgreich und jetzt steht er hier wieder auf der Startliste, also ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ja, wo da die Reise weitergeht, ähm, Peter Helmerich ist auch einer, über den wir schon sehr oft gesprochen haben dieses Jahr, der, ähm, auch jetzt auf Gran Canaria, ähm, sehr viel gezeigt hat, sich, sich auch, äh, gezeigt hat, dass er durchaus besser in Form ist, aber der auch wieder ein DNF hinnehmen musste und, ähm, ja, bei uns hier im Norden sagt man dreimal das Bremerrecht, auf Englisch gibt's das auch, ähm, ich weiß nicht, ob's in, in Hamburg das auch geht, bedeutet, dass man, äh, im dritten Versuch, äh, klappt's dann endlich, mal gucken, ob's bei ihm so ist, das ist ja auch einer, der, äh, Sebastian Kienle sehr gut kennt, die haben sich auch schon häufig gebettelt und, äh, für spannende Duelle gesorgt, ähm, ja, wird sich zeigen und ansonsten auch, äh, äh, tatsächlich Andi, Andi Böcher war wieder dabei, ähm, wer auf Gran Canaria geblieben ist und da weiter trainiert hat und, ähm, da auch, da gesagt haben, ja, er sieht sich auf dem richtigen Weg und, ähm, ja, jetzt, äh, äh, hat er halt hier eine weitere Chance, der Fünfter geworden in Gran Canaria, also, ähm, durchaus ja den Anschluss da, äh, auch gefunden, auch in, in einem sehr, sehr stark besetzten Feld, ja, und, ähm, genau, Frederik Funk, äh, hat's, glaube ich, auch so, ich glaube, hat so ein, so ein Kacke-Emoji gepostet nach Gran Canaria, also, das ist einfach mal komplett, äh, äh, nicht so gelaufen, wie er sich das, äh, erhofft hat, nachdem er dann, ähm, äh, in das Sierra Nevada am Höhnentrainingslager war, ähm, ähm, ermüßig jetzt, oder nicht von uns auch nicht einsehbar, äh, zu sagen, woran es gelegen hat, aber er hatte halt jetzt, ähm, die nächste, die nächste Gelegenheit, will das auf jeden Fall zeigen, dass, dass er mehr drauf hat, das weiß man ja, dass er mehr drauf hat, dass, dass das nicht, er ist, weil er immerhin unter anderem auch hier in, äh, in Region ein gutes Pflaster für ihn, da zweimal auf dem Podium schon gewesen, ähm, ja, äh, spannend zu sehen, letztendlich, äh, oder ich hätte schon in Gran Canaria gedacht, dass wenn man, äh, ich meine, das macht man ja nicht ohne Grund zum Höhnentrainingslager und dann gibt's halt zwei Möglichkeiten, entweder es, ja, es hat jetzt andere Gründe gehabt, warum es in Gran Canaria nicht funktioniert hat, oder es hat was mit dem Höhnentrainingslager zu tun gehabt, was ich nicht hoffe, weil das wär, wär dann extrem blöd gelaufen, aber hört man ja auch immer wieder, dass, äh, dass Athleten das nicht so gut vertragen, wie sie sich das gewünscht hätten, das weiß ich aber nicht, das ist jetzt spekulativ, kann ich nicht sagen, ähm, aber da, äh, ist er auf jeden Fall ja auch einer, der da, äh, richtiges Wort mitsprechen kann in, in der Konkurrenz, ja. Mhm. Und, ja, wir, wir, wir sehen, du hast es am Anfang durchklingen lassen, äh, wir, wir sahen wieder den Namen, äh, Michael Relat auf der, auf der Startliste und haben uns auch hier wieder gewundert, so, aber ja, wir haben uns rückversichert, Michael Relat wird an den Start gehen, der, äh, ist nochmal radeln gegangen mit Andreas Reitz und, äh, ja, und hat dann die strapaziöse Rückreise auf sich genommen. Mhm. Um jetzt hier in Italien wieder anzugreifen. Spannend. Also, ich weiß nicht, wie viel Regeneration man als Profi braucht, kann ich mich nicht reinversetzen, ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön wenig ist nach so einem harten Rennen, aber das muss er, kann er besser einschätzen. Wie gesagt, auch 40 Jahre alt, äh, Transatlantik-Flug dazwischen, wir wissen alle, die Rückkehr aus den USA ist immer schwieriger, als da anzukommen, was so den, den Jetlag und so betrifft, ne, also, ja, gucken wir mal, was, was, äh, er da zu leisten imstande ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber schön ihn wiederzusehen. Genau, nach wie vor, äh, cool, auf jeden Fall, weil er, ja, auf jeden Fall ja auch einer ist, der ist da, der da ordentlich mitmischen kann, ja. Ja. Ja, zum, zum, zu den Frauen, ähm, auch, auch da sind viele neue, deutsche Namen mit, mit dabei und, äh, ja, würde mich nicht wundern, wenn wir da vielleicht auch eine Podiumskandidatin, äh, dabei hätten. Ja, Laura Zimmermann steigt in die Saison ein. Caroline Lerida ist dabei. Also, da, äh, Lena Berlinger noch aus, aus deutscher Sicht, ja, da bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Genau. Ansonsten noch, ähm, Alexandra Tandeur habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, Sarissa de Vries, die, ja auch in, ähm, Gran Canaria mit auf dem Podium gestanden hat, also, ja, insgesamt würde ich sagen, dass Männerfeld auch ein bisschen stärker besetzt, auf jeden Fall, auch mit richtig, richtig großen Namen, ähm, ja, darf man gespannt sein. Warst du da schon mal in der Ecke? Ja, ne? Du warst da schon mal. Ich war in Cervia, äh, das ist, glaube ich, ein bisschen weiter südlich, ähm, also eins von beiden, äh, auch an der Adria, äh, damals zur Premiere des Ironman Italy, äh, der ja inzwischen ein Mammut-Event geworden ist, äh, in dem man noch den 5150 und den 73 am gleichen Wochenende macht, und, ähm, ja, das war ein wunderbares Erlebnis damals, äh, ich habe die Bilder gesehen jetzt hier vom, äh, vom Strand von Riccione, das sieht genauso aus wie in Cervia, also, eine, eine, ähm, ähm, triathlon-begeisterte Gegend, eine ausdauerbegeisterte Gegend, natürlich über den Radsport auch, und, ähm, ja, ähm, ähm, das wird sicher ein schönes Triathlon-Fest, bin ich mir sehr sicher. Ja, die Streckenführung ist, ähm, äh, äh, ja, ja, schwimmen im Meer, also quasi Standard, ähm, wobei, 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 ja, sag du? Ja, also, das war nämlich, ähm, schönes Meer damals, äh, in, in, äh, Cervia beim Ironman, aber das ist verdammt flach, ja, und das war nicht so einfach, es gab nämlich einen Zwei-Runden-Kurs mit Landgang, und ich weiß nicht, wie viele Meter der 3,8 Kilometer man damals im, im, im knietiefen Wasser gewartet ist, was furchtbar anstrengend war, ja, also quasi viermal beim Start, vor Landgang, nach Landgang, äh, also es war ein sehr, sehr langer Landgang dadurch geworden, ähm, äh, wobei man immer noch nasse Füße hatte und, und hinten raus wieder, also das war nicht so einfach, ne, ich weiß nicht, ob es, äh, genau so da ist, ähm, aber so ohne war das nicht, aber, ja, flach war es Wasser, aber auch der Sand unten runter. Ja, also die schwimmen, äh, ein Stück raus und dann schwimmen sie quasi parallel zur Küste und dann wieder 100 Meter quasi raus und dann wieder parallel zur Küste wieder zurück und dann, ähm, genau. Das ist der Schwimmkurs, ja, und auf dem Rad geht's halt raus erstmal, ähm, ein kleines Stück, ein kleines, äh, Rausführungsstück und dann kommt man, ähm, tatsächlich in die Hügellandschaft, die einen dann rauf führt Richtung San Marino und, äh, das ist dann quasi noch eine, eine Schleife, die zweimal gefahren wird und dann fährt man wieder das Stück zurück, ähm, und unterwegs, ja, klar, also es steigt an, logischerweise, hoch, äh, und, ähm, zwischendrin, wenn ich das richtig gesehen hab, gibt's dann nochmal einen, äh, ja, so ein, so ein 200 Meter Buckel, der aber dann 13 Prozent Steigung hat, also das ist schon so ein, so ein kleiner, da muss man, wobei, so wie ich Sebastian Kiener kenne, nimmt der so viel Schwung von unten mit, dass er dann wahrscheinlich die 200 Meter schon alleine wieder hochrollt, ähm, und dann, äh, ist der dann auch nicht mehr ganz so schlimm, aber ansonsten sind das natürlich Punkte, weil 13 Prozent ist ja schon kein Spaß mehr, ne, das ist dann was, äh, wo dann auf einmal, ähm, ja, das Körpergewicht dann schon auch eine Rolle spielt und die Bergflöhe dann doch da ein bisschen leichter hochkommen. Ja, ja. Ja, und das Laufen ist, äh, kann man zusammenfassen in Promenade rauf und runter, vier Runden immer rauf und runter, man sieht sich ständig und hat immer, äh, wieder dann den Wendepunkt am Ende. Ja, und wir sind sehr gespannt, ob wir da einen weiteren deutschen Sieg sehen. Ja. Was sagst du? Mmh, gut, Kienle kann man jetzt nun gar nicht einschätzen, ne, was, äh, die Vorbereitung da für ihn bedeutet hat, ne, aber, ähm, ich meine, auch ein Sebastian Kienle kommt nicht, äh, nur dahin, um zu gucken, ob seine Wade in Halbmarathon hält und seine Achilles sehen, ja, so, ähm, äh, ich, 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 ja, 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 also, ich, ich, ich bin jetzt mal ganz mutig, ich tippe auf einen deutschen Doppelsieg durch Laura Zimmermann und Andi Bücherer. Ja, das ist auch mal ein Tipp, ja, das ist, äh, ja, warum nicht, warum nicht, also, ich weiß noch nicht, ob, ob Andi Bücherer schon ganz da ist, um quasi dann eben so Leute wie, wie Pablo Tapena dann, Tapena hinter sich zu lassen, ähm, ja, mal schauen. Ja. Aber es ist ja nicht so, also, klar hat der Siege im Tank, also, ohne Frage. Und, ja, Sebastian Kienle zu unterschätzen, wäre grob fahrlässig, aber da ist es tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, man, man weiß es halt nicht, ne, aber klar, in Topform wäre er natürlich der Topfavorit auch, eindeutig. Ja. Das werden wir sehen, wie die Form, wie es um, wie es, wie es um die Form bestellt ist. Ja. Ja, 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 also wir sind in der Saison Vorfreude und was uns auch noch mal ein bisschen gesteigert hat in unserer Vorfreude ist eine Veröffentlichung, die gestern oder heute, glaube ich, ist es offiziell geworden, vom, der PTO kam in Sachen Collins Cup. Die haben nämlich ein ganz kurzes Erklärvideo gemacht, wie dieser Collins Cup funktioniert, äh, süß animiert, sag ich mal, also, ähm, ein paar pfiffige Ideen drin, aber danach weiß man jetzt endlich mal, wie das ganze Ding funktioniert, wie es, äh, gewertet wird und, äh, hat auch so ein bisschen Lust gemacht, also, ähm, cooler Sprecher, der sich sehr beeilen musste, um in den zwei Minuten alles unterzubringen, aber am Ende bleibt halt stehen, es wird das epische Battle zwischen Amerika, Europa und den Internationals und, ähm, es geht um, äh, den Kampf, äh, Krieg ist, äh, eine Vokabel, die ja verwendet wurde. Ja, da bin ich auch kurz zusammengezuckt wieder, entweder lernt die PTO das noch oder sie, äh, ihr ist es egal, dass man, aber vielleicht, äh, sind wir in Deutschland auch zu Recht da ein bisschen, ähm, empfindlicher auch so, äh, ja, aber, ja, das darf man auch nicht so ernst sehen. Wir wissen ja, wie es gemeint ist, ne, also, genau, und, äh, ab und zu oder ziemlich häufig rutscht uns ja auch mal die eine Militärmetaphorik durch, das ist ja schon, ist ja auch schon so ein bisschen so, es ist ja ein Wettkampf, da steckt es ja auch drin, ne, also, von daher, ja, von Krieg würde ich nicht sprechen, wenn man sieht, mit, äh, wie viel, ja, mit wie viel Leidenschaft und aber auch Respekt, die ja miteinander umgehen, aber es ist natürlich genau das Battle, was gesucht wird und wir hatten es ja schon oft gesagt, so, das ist alles noch so ein bisschen diffus, es ist noch nicht so richtig angekommen, bei uns mit diesen, äh, wie soll das stattfinden und wenn man sich dieses Video anguckt, ähm, dann versteht man das auch schon so ein bisschen besser, eben auch, äh, welche taktischen Möglichkeiten da dann drinnen stecken, ne, also, ich bin sehr gespannt, zum Beispiel, auf den Draft, wo dann die Teams halt vorher festlegen müssen, wer ist jetzt gegen wen dran und so, ne, dann, ähm, äh, dass man halt diese verschiedenen Rennen, wie bestücke ich die, ne, was, was will ich, was will ich erreichen, wie schätze ich irgendjemanden ein und so weiter, dann, da, da, da setzt du ja mit jeder Nominierung für die Stelle, wo er antritt, setzt du ja ein Statement und sagst irgendwie so, hier hab ich den ausgewählt, der entweder das Ding gewinnt oder ich hab den, hab das quasi abgeschenkt und gesagt irgendwie so, okay, den Punkt holen wir auf gar keinen Fall, aber wir wollen denjenigen schlagen oder diejenige und so weiter, ja, also allein dieser Draft wird absolut irre, das wird gut, also, um, 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 das, bin ich gespannt, ja, versuchen zusammenzufassen, äh, es starten 36 Athleten, ja, das sind, ähm, du unterbrichst mich sofort, wenn ich Mist erzähle, äh, genau, zwölf Rennen a drei Athleten, drei Athleten sind immer aus Europa, aus Amerika und von den Internationals, ja, diese zwölf Rennen sind, äh, sechs Männerrennen, sechs Frauenrennen, was eben bedeutet, dass ein Team aus sechs Männern und sechs Frauen besteht, diese sechs, äh, jeweils Männer und Frauen, ähm, werden über einen sehr, sehr komplizierten Mechanismus, ähm, zusammengestellt, äh, die Qualifikation hat es in sich, ähm, die betrifft die jeweils vier Athleten, Männer und Frauen, die über das Ranking zustande kommen, ja, das werden also hochklassige Athleten sein, weil sie eben die entsprechenden Punkte gesammelt haben und die sind ja auch, sofern wir wissen, verpflichtet da zu starten, wenn sie der PTO angehören und da ihren Athletenvertrag haben, jeweils zwei weitere werden von den Teamcaptains gepickt, also zwei Wildcards werden vergeben, die Teamcaptains für Europa sind Chrissy Wellington, die sich also noch zwei weitere Frauen aussuchen darf und, äh, Norman Stadler, der sich zwei Männer aussuchen darf, ja, also ich glaube, so ist es, äh, besetzt, dass immer eine Frau, ein Mann, äh, als Teamcaptain da sind. Ja, und dann kommt es eben, ähm, dazu, dass man dieses, äh, Starterfeld hat, man hat also, ähm, sechs Männer, sechs Frauen zur Auswahl und dann läuft es so, dass, äh, Team Amerika das erste Rennen quasi setzt, Team Europa das zweite Rennen, Team International das dritte und dann geht es weiter so, ja, ich weiß nicht, ob da noch eine Auslosung stattfindet, wer zuerst picken darf, aber so... Ja, oder wer mehr Punkte gesammelt hat, das weiß ich aber nicht, das wurde nicht erklärt, aber die, sie haben so erklärt, dass Amerika als erstes picken darf, glaube ich sogar, aber egal, ja, so was, so habe ich es im Video verstanden, genau, ja, und, äh, dann kommt es eben zu diesen zwölf Rennen, ja, ähm, und in jedem Rennen gibt es drei Punkte für den Sieger, es sind immer drei Athleten im Rennen, ja, ähm, die Distanz ist eine etwas verkürzte Mitteldistanz, ähm, ich weiß nicht, kriegst du die Schwimmstrecke noch auf die Reihe? Ähm, nee, aber es ist krumm, irgendwas, also... Irgendwas krummes, ich glaube, es waren, äh, 2, 80, 18 oder sowas war es irgendwie, also so ähnlich, wie wir es jetzt schon auch in, in, äh, den Challenge-Rennen Daytona, Miami gesehen haben, also eine kürzere Mitteldistanz und wie gesagt, bei jedem Rennen, äh, drei Männer treten gegeneinander an, der erste kriegt drei Punkte, der zweite zwei, der dritte einen Punkt und dann gibt es noch, ähm, Zeitgutschrift, da geht es dann auch um halbe Punkte für zwei Minuten Vorsprung, äh, für vier Minuten Vorsprung, äh, für sechs Minuten Vorsprung, ich glaube, so war die Einteilung. Genau. Und am Ende ergibt sich eine Gesamtpunktzahl und der, äh, Sieger bekommt den Collins Cup, also das Siegerteam und, ähm, ja, das dritte Team bekommt den Broken Spoke Award. So ist es und der kann dann, muss dann schamvollerweise ein Jahr mitgetragen werden, äh, bis man dann im nächsten Jahr wieder sich darum battelt, jetzt habe ich es selber gemacht, ähm, ja, wer Triathlon regiert, ne, who rules Triathlon ist, äh, ist der Slogan. Genau, 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 angelehnt eben an ähnliche Veranstaltungen im Golf vor allen Dingen mit dem Riders Cup, ähm, und die PTO überschlägt sich mit Pressemitteilungen, mit Superlativen, wer jetzt alles für was zuständig ist, für die Vermarktung, für die TV-Bilder und so weiter. Also, ähm, wenn die, die da mit im Boot sind, ihr ganzes Potenzial nutzen, wird es wirklich ein episches Battle, um das nochmal zu überlegen. Ja, ja, und es wird halt total spannend auch und da wird es dann sehr auf die Erklärung ankommen und auch auf den Überblick, den man behalten kann, ne, weil, weil natürlich vieles parallel läuft und dann, äh, auch, ähm, ja, man die Punkteverteilung dann im Blick haben muss, äh, was dann bestimmte Konstellationen bedeuten und so weiter, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass das alles gut gemacht wird, ähm, das wird spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Ein Highlight im Sommer auf jeden Fall, das kann man jetzt schon, äh, das kann man jetzt schon so sagen. Auf jeden Fall, ja, also da wird Triathlon-Geschichte geschrieben, so oder so, ja, ähm, das wird, äh, ein neues Event im Triathlon und bei dem Input, den die PTO und andere da reinstecken, glaube ich auch, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat, ähm, und, ja, wir haben die Möglichkeit, es live zu verfolgen, das Ganze findet statt, ähm, an einem Samstag, ähm, am Vortag des Ironman Hamburg, ich bin gespannt, wo ich nach dem Check-In ein ruhiges Plätzchen, äh, finden werde, um das Ganze mir anzuschauen. Ja. Ja, apropos Triathlon-Geschichte, Triathlon-Geschichte geschrieben hat auch Natascha Badmann und dafür wird sie in diesem Jahr noch gewürdigt. In der Tat, Ironman hat seine Hall of Fame-Aufnahmen für dieses Jahr verkündet und dabei ist eben Natascha Badmann, die, Ja, du, äh, erzähl du was über diese Legende, du hast sie viel, viel häufiger gesehen als ich. Ja, sie hat nämlich den Ironman Hawaii gewonnen zum ersten Mal, als ich zum ersten Mal als Journalist da war, das muss dann 97 gewesen sein. 98 war es. Habe ich zumindest gelesen, ja, genau. Genau, 97, äh, war der große Dreifach-Sieg der Deutschen, äh, mit Hellriegel ganz vorne weg, äh, Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder, ähm, da war ich nicht dabei, 98 war ich zum ersten Mal als Journalist auf Hawaii und ich erinnere mich, äh, ich erinnere mich, dass da eine Schweizerin auf einmal gewonnen hat, die niemand vorher kannte, die hinterher davon erzählt hat, wie sie die Vöglein hat singen hören beim Laufen und so. Ähm, und ich erinnere mich an meine erste tatsächliche Begegnung mit Natascha Badmann, wo wir nämlich am Tag nach dem Rennen zum Interview mit ihr verabredet waren und sie kam nicht. Hm, wie kommt's? Wir haben auf sie gewartet, ja, es hatte einen besonderen Grund, sie hat sich nämlich selber, ähm, Ruhe gegönnt, Zeit gegönnt und hat noch einen Blumenkranz sich geflochten, damit sie auf dem Foto, was wir von ihr machen wollten, auch schön aussieht. Ja. So war das damals, da musste man noch nicht mit dem Hubschrauber zum Breakfast mit, äh, mit Bob fliegen irgendwie, ja, also da hatte man als Ironman-Sieger noch seine Ruhe bis zur Siegerehrung am Abend. Sehr schön. Ja, und offensichtlich hat ihr das gut gefallen, äh, diese Siegerehrung, denn sie hat insgesamt sechs WM-Titel abgeräumt. Genau, damit steht sie auf einer Stufe mit Mark Allen und Dave Scott, nur noch übertroffen von der großen Paula Newby Fraser, der Queen of Kona, die das ganze Rennen achtmal gewonnen hat. Ja, also, ähm, Natascha sieht man immer noch wieder mal, äh, sie ist noch nicht in Rente, ihr Cheetah-Rad, mit dem sie berühmt geworden ist, ähm, du kennst dich da jetzt besser mit aus, wie man eine solche Rahmenform beschreibt, äh, bezeichnet. Ja, das ist eine gute Frage, ähm, es ist kein Beanbike, richtig, es ist, äh, eine, ja, eine organische Form, würde ich sagen. Genau, dafür war sie bekannt, ihr Rad hat sie in Rente geschickt inzwischen, aber sie selber ist noch in der Triathlon-Szene aktiv und wird dann einmal... Aber nicht mehr als Profi, oder? Hat sie nicht, äh, ihre, ihre Profi-Karriere anleitet? Ja, das denke ich schon, das denke ich schon. Mit 50? Ich meine, das habe ich gelesen, dass sie 2016 mit 50, äh, sich aus dem Profi-Sport verabschiedet hat. Ja, aber dieses Jahr wird sie noch einmal den Ali-E-Drive langstolzieren in umgekehrter Richtung, eben, wenn sie die Nationenparade anführt, ähm, am Dienstag vor dem Ironman Hawaii als, äh, Inductee in die Ironman Hall of Fame, zusammen mit Carlos Moleda, einem Handbiker, der auch in seiner Kategorie Ironman-Geschichte geschrieben hat. Genau, fünfmal, äh, da die Konkurrenz gewonnen, ähm, ehemaliger Navy Seal im, äh, Dienst verletzt und dann, ähm, äh, ja, äh, als gelähmter Athlet dann eben auf dem Handbike als, ja, als Pionier quasi dafür gesorgt, dass sich, ähm, ja, die Awareness, äh, äh, steigert für, für den Sport, den sie betreiben. Hat auch, äh, beim Race Across America, äh, das Race Across America in der Vierer-Staffel, Vierer-Handbike-Staffel gefinisht, also einmal quer durch die USA und, ähm, ja, auch er wird jetzt aufgenommen in die Ironman Hall of Fame. Ja, und da finden sich prominente Namen, das Ganze gibt es seit 1993, da war der Ironman gerade mal 15 Jahre alt und der erste Inductee in die Hall of Fame war Dave Scott, damals die Größe im Triathlon, ja, äh, äh, ein Jahr später Julie Moss, The Crawl. Wer es nicht kennt, unbedingt mal googeln und, äh, und bei YouTube eingeben und sich das einmal angucken. Mit, mit Lautstärke, mit Kommentar auf jeden Fall. Ja, da gab es, äh, zwei, zwei, äh, Geschichten dieser Art, Julie Moss war die erste, die hat den Triathlon quasi hoffähig gemacht, weil sie es, äh, über ihren, äh, ja, ihr Zielkrabbeln, ähm, in die großen Medien geschafft hat und damit wusste auf einmal halb Amerika, was Ironman ist, ja, ähm, das hat auch einen jungen Mann, äh, beeindruckt, äh, Mark Allen, der sie dann auch später geheiratet hat und der 1997 in die Hall of Fame eingeführt wurde. In dem Moment war Paula Newby Fraser schon drin, ja, äh, 98 dann John and Judy Collins, ähm, John Collins ist der, der, der Legende nach 1978 irgendwann gesagt hat, als sich die Navy-Soldaten gestritten haben, äh, wer jetzt nun der bessere Sportler sei, ähm, da hat er irgendwann gesagt, äh, wir machen einfach alle drei Disziplinen hintereinander und, äh, whoever finishes first, we will call him the Ironman, ja, und dafür ist John Collins mit seiner Frau Jodie, äh, äh, 98 in die Hall of Fame aufgenommen worden. War ja auch eine gute Idee. Ja, war eine gute Idee, ne? War gut, war gut. Ja, 99 dann, äh, Valerie Silk, äh, langjährige Renndirektorin, äh, Bob Babbitt, über den haben wir eben gesprochen, Breakfast with Bob, ähm, ähm, die Triathlon-Medienlegende der USA seit 2002 in der, äh, Hall of Fame. Ähm, Gordon Haller, der erste Sieger, 2003 aufgenommen, 2004 Greg Welsh, der erste Mensch, der sowohl den ITU-Weltmeistertitel als auch den Ironman Hawaii gewonnen hat, ähm, den wir... Ein sehr lustiger Moderator. Ja. Den man auch sehr häufig an Strecken auch, äh, hört, äh, immer wieder gut. Nicht nur ein lustiger Moderator, sondern auch ein lustiger Mensch überhaupt, also, ähm, ohne den würde der Triathlon anders aussehen, ja. Ähm, auch, äh, ohne Mike Rayleigh 2011 als, äh, Legende der Ziellinien-Moderation in die Hall of Fame aufgenommen worden. Ja, sehr unterschiedliche, äh, Dinge, die man dafür leisten können muss, ne? Also, es ist wirklich sehr von, von herausragenden sportlichen Leistungen über organisatorisches, äh, Teilnahme einfach, äh, ja, einfach, ähm, ja, wie Mike Rayleigh, einfach, ja, die Stimme, äh, des Sports zu sein. Und, ähm, Bob Abbott hat ja beides gemacht. Also, er ist ja auf der einen Seite eben, äh, ja, bekannt für seine, seine Interviews, aber auch, er war ja einer der, äh, der ganz frühen Finisher. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wen haben wir noch in der Liste? Ähm, du sagtest schon, ganz verschiedene Funktionen. Peter Henning ist dabei, das ist der, der, äh, für die ikonischen Bilder des Ironman gesorgt hat. Also, den hab ich jetzt lange nicht mehr gesehen da, aber der war immer der, der, äh, dafür gesorgt hat, dass es eben diese epischen Bilder aus der Lava gab und die auch weltweit irgendwo Verbreitung gefunden haben. Ne? Ähm, dann, äh, ich, äh, ich würd sagen, das waren die ersten Europäer, Georg Hochegger, Helge Lorenz und Stefan Petschnik, äh, den dritten kennt man noch, Stefan Petschnik, als Ironman-Europa-Chef heutzutage. Das ist das Gründungstrio der, äh, des Ironman-Klagenfurt. Ähm, ja. Ähm, haben, haben quasi den, den Sport in Europa mit richtig, äh, groß gemacht. Ähm, dann haben wir noch Peter Reed, der das Rennen dreimal gewonnen hat, Chrissy Wellington, als, äh, die Frau, die mal sowas war wie Daniela Rief heute, würde ich sagen. Kann man, glaube ich, so sagen, ja. Ja, äh, die immer noch die Weltbestzeit auf der Langdistanz hält in Rot. Ähm, ja, und dann jetzt die letzten Indactis, ähm, Ähm, da gehörte zum Beispiel Tim DeBoom dazu, der, äh, äh... Der letzte Amerikaner, ne? Der letzte Amerikaner, ja, und der, der das Jahr im 2000, äh, der das Rennen im Jahr 2001 gewonnen hat, als man gar nicht wusste, ob es überhaupt stattfinden kann, nach, äh, den, äh, Anschlägen auf New York am 11. September. Ja, ähm, Aaron Baker ist dabei als erste Nicht-Amerikanerin, die das Rennen, äh, gewonnen hat, äh, und wie gesagt, in diesem Jahr, na, letztes Jahr gab es kein, kein Inductir natürlich, weil es, äh, keine Veranstaltung gab, aber im Jahr davor ist, äh, Kenneth Gask mit in die Hall of Fame aufgenommen worden. Das ist der Mensch, äh, der stets bestgekleidete Mann in Kailua-Kona, immer mit Fliege, ähm, das ist der Mensch, der den Ironman auf Lanzarote hoffähig und groß gemacht hat, langjähriger Sportdirektor des Club La Santa und Vater des Ironman Lanzarote. Naja, du kennst sie alle. Ich kenne, äh, ja, fast alle, fast alle. Viele auch persönlich, die da auf der Liste stehen und, ähm, ja, immer wieder spannend zu sehen, wen es dann trifft. Ja, und wenn man dann aufgenommen wird, kriegt man, äh, ja, so ziemlich das Coolste, was man, äh, überreicht kriegen kann, wenn man in eine Hall of Fame aufgenommen wird, die kriegen alle dieses, äh, schöne Hawaii-Hemd, ne, mit denen sie dann dann auf der Parade unterwegs sein können, äh, das sieht immer gut aus, also wenn man so ein Hemd hat, dann kann man, äh, sich schon selbst noch so ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, war wohl doch nicht alles so ganz schlecht. Nee, nee. Ja, auf jeden Fall coole Bilder, auf jeden Fall, jedes Mal wieder, weil ich meine, wenn die dann da langlaufen, äh, das ist dann dann wirklich, äh, ja, geballte Legenden-Ansammlung. Ja. Das ist wirklich, ähm, ja, fast schon ein bisschen unwirklich, das zu sehen, so viel, so viele Leute dann auf einen Haufen, die einfach im Triathlon so viel bewegt haben. Ja, 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 apropos Legende, ich hab einen kleinen, äh, Tipp für die nächste Woche, äh, Rollenfutter, da geht's mal nicht um Triathlon, äh, nächste Woche, Mittwoch ist es, glaube ich, äh, passt das, ja, ist die Premiere eines Films mit Christoph Strasser, was sagt dir der Name? Christoph Strasser ist Mr. Race Across America. Ja, Mr., Mr. Alles, was länger als 1000 Kilometer auf dem Rad ist, glaube ich, ne? Ja, so ungefähr. Ja, ähm, der ist über viele, viele Jahre verfolgt worden von einem österreichischen, äh, Filmteam, da hat auch, und, äh, darum kam ich jetzt über den Triathlon da drauf, äh, Andreas Niedrich eine gewisse Rolle gespielt, der ja auch das, äh, Race Across America schon in verschiedenen Funktionen erlebt hat, ähm, und dieser Film sollte eigentlich durch die Kinos ziehen, und da das momentan nicht möglich ist, läuft der Film auf, äh, im, im Livestream, äh, als Live-Premiere nächste Woche, Mittwoch um 19 Uhr. In Spielfilm, Spielfilmlänge, also, da wir ab nächste Woche Sommerpause machen mit unseren Swift-Live-Rides, äh, kann ich das nur empfehlen, nächste Woche vielleicht einen Tag später auf die Rolle zu gehen, trotzdem den Monitor anzumachen, den Zweitmonitor und Christoph Strasser dabei zuzugucken, wie er unzählige Male das Race Across America dominiert, ähm, wir stellen das Ganze noch in die Shownotes. Ich hab Ausschnitte aus dem Film gesehen, das kostet auch ein bisschen Eintritt, 15 Euro, aber, ähm, als ich die Bilder gesehen hab, hab ich gedacht, das ist das, was man braucht, wenn der Sommer noch ein paar Tage länger braucht, um hier einzuziehen, um, äh, die Motivation mit in den späteren Mai zu nehmen. Und da kann man hoffen, dass, äh, auch dann bei Christoph ein bisschen was hängen bleibt davon, denn, äh, ich hab mal ein längeres Interview mit ihm geführt und dann, äh, ja, hab ich, hab ich gefragt, so, ja, was machst du? Ich mein, das ist ja unfassbar, was du trainierst und so, oder, beziehungsweise, ja, man muss halt sehr, sehr viel investieren und wir wissen alle, Race Across America, hab ich schon oft drüber gesprochen, so, mit so einem Einzelstaat kann man so mit 50.000, äh, Dollar oder Euro kann man sich eigentlich jetzt fast schon aussuchen, ist egal, ist auf jeden Fall unfassbar viel Geld, ähm, was man da investieren muss und so und, ähm, Preisgeld gibt's genau nix. Sponsoren interessieren sich dafür wenig, die geben vielleicht ein bisschen Ausrüstung und, äh, sagen, ja, kannst du hier von mir noch den Anzug haben oder weiß was ich. Also, sehr, sehr hartes Brot, das, äh, zu sein und als ich ihn da, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ähm, hat er halt als Radkurier gearbeitet, ne, war halt mehrfacher Race Across America Sieger schon und, äh, eine, ne, ne, ja, eine Ultralegende, kann man schon fast sagen, auch in, in seinem Alter und, ähm, ja, ähm, aber leben kann man davon nicht, ähm, es kostet halt sehr, sehr viel, aber unfassbarer Typ, sehr, sehr, ja, beeindruckender Sportler, der auch dieses richtige Langstreckenradfahren einfach auf ein ganz anderes Level gehoben hat, ne, und, äh, ich glaub, da ist auch dieses Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, also, ich glaub, da, da hat er auch noch ein bisschen was vor und, äh, Wahnsinn. Also, ich kann mich an viele Begegnungen mit ihm erinnern, ich hab ihm auf dem, auf dem Tempelhofer Feld, als er den, äh, den, den Radrekord für den 24-Stunden-Outdoor-Rekord gebrochen hat, neuen Weltrekord aufgestellt hat, hab ich auch schon mal erzählt mit dem Vermessungsonkel, der die Strecke vermessen hat, aber, ey, auch im, im Mai, äh, und es war, wie häufig das im Mai auch so sein kann, einfach katastrophale Bedingungen eigentlich im Prinzip, weil nachts hat's gefroren und der ist einfach da alleine immer um das Tempelhofer Feld, alleine immer rum nachts und keine Pause, das ist einfach, und, also, das, wenn man solchen Leuten zuguckt, stellt das dieses, was ist machbar, was kann der menschliche Körper leisten und so, stellt das immer noch mal wieder ein bisschen auf eine andere Stufe, ähm, was, was jetzt so Ausdauer, Durchhaltefähigkeit, äh, angeht. Und ich weiß noch, dann stieg er dann irgendwann vom Rad, hatte dann den Weltrekord geholt und so und seinen, äh, seinen Betreuer, mit dem ich dann gesprochen hatte, äh, mit dem hab ich dann kurz geschnackt und er so, sag mal, kann Christoph nachher kurz bei dir duschen? Äh, bei uns, wir haben, die haben so ne, so ne, so ne Hüttenunterkunft gehabt, der hat gesagt, ich hab ihm das noch nicht gesagt, aber das Wasser ist kalt. Weißt du, so, nach 24 Stunden ohne Essen durchgefroren, irgendwie so in so einem dünnen Leibchen, irgendwie so, aber sie haben dann noch eine andere Lösung gefunden mit warmem Wasser und, äh, aber das fand ich so cool, weil das einfach so, äh, weil das einfach so ein genügsamer Typ ist, weißt du, der, der, der wird dann mit den Schultern zucken und sagt so, hm, na gut, dann mach ich das halt auch, so, weil einfach so, aushalten, durchhalten, das ist bei solchen Menschen einfach nochmal auf einer anderen Stufe. Ja. Ja. Also, ich bin sehr gespannt. Ja, ich freu mich auf den Film und, äh, werde ihn in Ruhe schauen können, denn ich habe nächste Woche Urlaub. Du auch? Ich auch. Du auch. Ja. Kaum zu glauben, Frank. Ja, es wird mal wieder Zeit, nächste Woche ist Feiertag, hier in Hamburg sind Schulferien, in Bremen auch, ne, ihr seid Niedersachsen, ne? Äh, Niedersachsen, ja. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, daher sind wir nächste Woche nicht am Start, dafür gibt es, äh, natürlich, äh, trotzdem eine Episode Carbon und Laktat am Start, dafür sind, äh, unsere Kollegen Bengt Lüttke und Marvin Weber. Ähm, wir können uns wieder hören am Sonntag, wir haben nämlich ein neues Podcast-Format auf unserem Kanal Power & Pace. Jeden Sonntag, äh, mache ich mit eurem Coach Björn Geßmann ein Wochenbriefing, wo wir über die kommende Trainingswoche sprechen, die wichtigsten Einheiten hervorheben, ein paar Besonderheiten, äh, jetzt haben wir gesprochen über Koppelläufe, wie man das am besten gestaltet, über Ernährungsstrategien, die man schon im Training jetzt mal ausprobiert, äh, über die harten E-Intervalle, die wir heute Abend noch fahren werden. Ähm, äh, als, äh, Saisonfinale unserer Swift, äh, Tour durch die Lande, das 24. Swift-Event, danach gehen wir ein bisschen in die Sommerpause, lassen uns aber was Neues einfallen, haben viele Ideen. Ähm, vor allen Dingen im Hinblick auf den 20. Juni, wir haben es schon kurz erwähnt, der Do-It-Yourself-Triathlon steht mit, äh, ja, mit den, den, äh, Plänen, die in der Triathlon 190 erscheinen auf dem Programm. Darüber sprechen wir dann, wenn wir in zwei Wochen wieder zusammen sind, im Podcast. Genau. Ja, von daher bleibt uns, äh, nur euch, äh, wenn ihr auch Urlaub habt oder einen Feiertag oder was weiß ich, wie ihr die nächste Woche gestaltet, äh, euch eine schöne Zeit zu wünschen, mit hoffentlich schon frühlingshaften Bedingungen. Nils. Ja, ich versuche mich wieder ein bisschen zu beruhigen von St. George. Es, äh, naja, vielleicht gucke ich einfach auch die letzten fünf Kilometer nochmal gleich. Ja, also, passt gut auf euch auf da draußen, ja, alles Gute für die nächste Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.